Also unsere Key-Items für diesen Sommer haben wir einmal die Flash Fury, die wir hier haben und dann einmal die Moto Fury. Und das sind sozusagen unsere besonderen Stücke, die wir hier in der Nitro-Serie präsentieren dürfen. Zum einen haben wir hier mit dem kleineren Modell, mit der Flash Fury, haben wir sozusagen ein Modell, was drei Darts inkludiert. Das heißt, wir haben drei Cars, die wir sozusagen damit beladen können und damit schießen können. Und jetzt bei unserem Großen haben wir bei der Moto Fury die Möglichkeit, alle neun Cars, die sozusagen in der Packung enthalten sind, hier ins Magazin zu laden, um diese sozusagen nacheinander losschießen zu können und unsere Kreativität mit dem ganzen Standpark freien Lauf lassen zu können.